Bist du bereit für eine besondere Schatzsuche, die dich auf Zeitreisen mitnimmt und neue Entdeckungen mit besten Aussichten machen lässt? Wo du Menschen und ihre Geschichten, Tradition und Zeitgeist kennenlernst? Wo sich Natur, Kulinarik und Kultur verbinden? Bist du bereit für eine Schatzsuche, die dich woanders hinschauen lässt, als du es vielleicht erwartet hättest? Dann entdecke die Geheimnisse aus der Flaschenpost im Nibelungengau. Eine Schatzkarte bringt dich zu den Geheimnissen, die in der wunderbaren und abwechslungsreichen Natur der Region nördlich und südlich der Donau zwischen Pöchlern und Ips bzw. Leiben und Persenburg-Gottsdorf verborgen liegen und nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Komm an die Donau zu historisch bedeutsamen Städten, in idyllische Dörfer und auf einsame Pfade. Wenn du nach kulinarischen Genüssen und charmanten Möglichkeiten zum Übernachten suchst oder wenn dir der Sinn nach kleinen Abenteuern und großartigen Aussichten steht, sei es Genuss und Nächtigung, Natur und Bewegung sowie Kultur und Abenteuer. Alle Schätze sind über Weit- und Rundwanderwege sowie insbesondere auch per Fahrrad gut zu erkunden. Auf zu neuen Entdeckungen voll Genuss, Abwechslung und besten Aussichten. Entdecke die Geheimnisse aus der Flaschenpost im Nibelungengau mit seinen unentdeckten Schätzen.